ja hi und willkommen mein name ist danielp und ich begrüße euch zurück zu let's play final fans die sieben ja in der letzten folge sind wir haben wir am schokobo renten teilgenommen haben noch ein bisschen gemüse gesammelt um unseren schokobo zu füttern sind dann haben dann am schokobo rennen teilgenommen haben bald wieder gefunden ich glaube ich so automaten zum waffen hochleveln sehr geil sehr geil meine ich nicht sehr geil und ja wir haben bald wieder gefunden er hat uns mal erklärt was hier so passiert ist dass es hier noch jemand anderen gibt mit einem gewehr arm und ich meine haben wir ja gewusst der wiener katzen die alles vermasselt hat und ja ja bald war es nicht der alle erschossen hat große überraschung und ja wir müssen dünn suchen dein wir müssen dahin suchen um so herauszufinden so hammer warum hast du hier die ganzen leute abgeschossen und wir wollen wir werden da ist eine waffe für bad drin bevor wir werden ja vulkan kanone ausgezeichnet mir schon gedacht so magische attacke hoffentlich tue ich das ding so schnell wie möglich lernen geschicklichkeitsprodukt energie von feuerstoß voll aufladen naja da kann ich glaube ich aus dem original heute sieht aber richtig cool aus ich bin auch ja schon die ganze zeit mit mit der war für oben weil die alt besser ist aber ich finde halt die sieht nicht so gut aus alle anderen waffen sehen viel besser aus aber ja was machen ich habe schon wieder einen falschen knopf gedrückt was haben wir hier ich muss nachladen also kann ich irgendwie nachladen geschwindigkeit oder so erhöhen ich glaube nicht mehr schauen von normalen angriffen ein bisschen doof für diese waffe weil die halt mehr so magisch ausgerichtet ist aber ja was wir machen also wenn ich den hier die ganze zeit macht dann schädlichkeitsgeschicklichkeit wohnungsgeschicklichkeit 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 die ganze zeit warum nicht energie von feuerstoß voll aufladen habe ich doch ok da waren sind wir fast alle tot was sind ja schon passiert man wird hat noch einen kampf teilgenommen noch mal erst mal auf die bank gehen absolut lasst mich allein mit dem reden aber ok ja gut ja jetzt klar so aber wir sind uns erst mal ausgezeichnet tp und mp geheilt dann will ich noch einmal kurz hier vorbeischauen an allen sachen war es jetzt so einer kleinen konfrontation mit dahin kommt die vielleicht oder vielleicht auch nicht so rosig aussehen wird wiederbleiben das ist neu gibt mir endlich mal wieder bliebungs zauber oder hat man schon wieder belegung weiß nicht klar 15 15 waffen punkte kannst du ja nehmen die aufladung der art b leistung angreifen ja warum kann ich da nicht aber ich kann ein anliegen deshalb oder das gedrückt halten er hat schon tausende mal gemacht aber schon ja das vergessen so noch jemand 15 dinger ok da wir sollen da rein das heißt mal hier gucken sagen wir spielen zuerst mal berät aber stimmt gar nicht wir haben den einer miettermine auch schon gespielt so leute auf wiedersehen ich erlebe jetzt mein eigenes abend ja ich sage jetzt meinen eigenen sehr viel ganz darüber wird jetzt so umgekrempelt das irgendwie dahin nur noch hier der hauptbösewicht ich bin heute mit euch leuten reden ich werde jetzt dass dieser ok na gut dein wo bist du auch mal was ich war mir gefällt mir gefällt dieser ort hier wird ja wahrscheinlich gleich wissen warum ne so er ist derjenige der angekettet wurde von denen von den gasttypen der welt gewesen die stimme kenne ich doch dein warte ich bin dich los verdammt hätte nicht gedacht dass das auch zu eleanors geburtstag schaffst es ist eine gute idee du hast doch hoffentlich an ein geschenk gedacht eleanor wird sich sicher sehr freuen das ist ein bild mit den beiden gegen gewehren der typ da ist auch soldat oder das ist nicht eiskalt an china verkauft nein nein du ärgst dich mein kotor war die ganze ein vibrieren als er geschossen hat ich will dir doch nur helfen man du willst mir helfen du ich lache mich schief wusste gar nicht dass du ein komiker bist ich will dir den schwachsinn fürs jenseits auf da warte hat sich daraus diese angelegenheit klären wir bei der selbst da wird man von mir jetzt gerade was eingefallen jetzt nämlich ich musste meinen kampf neu beginnen mir ist eine sache aufgefallen ich war ehrlich gesagt ziemlich intelligent habe irgendwie so ganz heimlich barrett heilung gegeben weil ich wusste es kommt ein kampf zwischen den beiden aber dann ist mir noch was aufgefallen und zwar ich sollte vielleicht analyse reinpacken so ich habe nämlich so ganz gewitzt hier so heilen reingepackten aber ich wollte das jetzt nicht erwähnen weil das hätte dann irgendwie gespoilert so haben wir hier kommt gleich ein kampf zwischen den beiden deswegen habe ich mal heilung so eingepackten ich habe das hätte irgendwie so irgendwie gespoilert aber ich meine je nach vorn oder sowieso gespoilert aber ja ich glaube ich sollte doch lieber erst mal ihr dings geben analyse sah es mir gerade nur so eingefallen so ich fand gut was ich finde ich gesagt ziemlich gut war die hier aber darüber reden wir nämlich mal gleich noch später der machen wir jetzt mal in kampf und ich habe schon gesehen ja weil überall überall so deckung war und sogar ich habe mir schon gedacht er wird bestimmt gleich ein richtig cooler kampf hier und ja mal sehen wir gucken wie hat jetzt hier abläuft soll es kommen wir uns noch mal ich meine wir gucken nicht die katzen noch mal an aber jetzt war mein kampf ich gehe mal hinter ja das richtig geil aber da ist gut gemacht man hat richtig gut gemacht bitte überall so zur deckung ist hier zum verstecken ich muss dich erstmal analysieren so ein weiterer mann mit gewehr arm er ist ein gnadenloser wächer so ganz schön viel ap dafür hat wir ja allein gegen kämpfen aber dauer gott was will ich ja alles nehmen gibt es irgendwas was mir hier helfen könnte maximale rutsch der winne herr sterne wieder wir können einfach die ganze zeit so abknallen können wir auch machen ja da kann ich auch nein also gott wir zwei haben uns ganz schön verändert man nicht ich mag seine augen voll roten augen über ich weiß noch wie wir früher aufgestellt haben und wie du selbst da reingetappt bist was habe ich gelacht nein ja ja ich so gemein zu mir aber naja ich muss jetzt geben stimmung mal kaputt naja verkackte angriffen kannst du da reinlaufen wenn es geht ja ich erwarte mich so hat kaputt gemacht das kann wir gehen die mp aus und auch das kampf aber da musst du mich jedes mal damit ist dann nicht der schuld da ist mir da war einer seiner angriff im original sagen ich auch nachladen irgendwie kommen wir nicht nicht vorliebe da ist kommt er wieder an geraten etwas auf nein ich kann eigentlich hier nutzen nachzuladen ein stück das wem will den westen ja er hat nichts gebracht ich habe gelacht jetzt mal aber er bringt nichts aber gleich ist die ganze deckung hier weg ja mein gott ich habe die deckung getroffen ich glaube mal lieber wie trakostig so viel da hätte sich nein der schießt auch noch aber naja kommt nicht an gerannt aber ich glaube sie hat so gut war scheiße ok kann man richtig bock ist alles so dunkel ok weiter kippt kitt aus one piece du kannst die noch warum tust du dir das an nein aber ich bin so was tot nachdem ich wollte ich blitz einsetzen mit macht in gott kann fast ein bisschen in sich ja ich möchte ich ja was aber der ist weg geflogen sehr gut oh mein gott und so was man tot wow ab und tiefer hast ja ich brauche ja naja 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 da hat ich von der zeug da bin doch gerade fast naja ich bin so was für tot neuer tot neuer tot kann man gar nicht so einfach okay ich glaube ich soll erstmal eine vernünftige waffe ausrüsten weil diese blöde magie war verbringt es nicht so sorggefühl neuer tot großkaliber wieder ane da nehmen wir ja da nehmen wir ja ausdauer tp bräuchte er denn noch so ich finde equipment war eigentlich schon gut genug ich muss ja nur ein bisschen besser anstehen da war aber nicht jetzt mit ein bisschen mehr schaden und so ich stand dahinter stand dahinter wenn ich jetzt nicht noch nicht schon wieder barriere sollte ich vielleicht auch das reicht auch gerade mal so hier wir gehen aber eigentlich auch nicht schlechten er war wieder aber noch nicht so hoch gelabelt natürlich auch nicht schlechte was soll das versteck spiel schießt die ganze zeit auf mich kollegen wir zwei haben uns ganz schön verändert man nicht die minen fand ich jetzt nicht so schlimm so machen sie jetzt ehrlich gesagt ziemlich ähnlich hier ist was habe ich gelacht kann irgendwie so komisch wenn du mal gegen die wand wenn es geht doch da kann ich auch mal nachladen so hier noch hitrun ich weiß nicht ob ihn getroffen hat naja es mir war auch ein angriff im original von dem da hat er dabei direkt auf eingeschossen soll er trifft mich aber ich ihn nicht cool so ich weiß ehrlich gesagt nicht wann stehe an der will aktiv ist und war nicht echt und besorgt mich selbst ein bisschen besorgen ist erregend ich schubb sich in eine eigene miene habe ich natürlich abteilen kann ich ganz blocken auf jeden fall besser jetzt wieso ist alles so dunkel wer ist nicht sicher wollen wir dann auf einmal schafft zu machen da war ja noch captain kipp macht also monkees aber okay du kannst die noch warum tust du dir das an da jetzt hat er mein ding abgebrochen und ich habe die mp auch schon verband hat war ich habe einfach nicht wahr sein nein na hinweg sind der kampf ist ehrlich gesagt schon schlecht genug da wollte ich ihn dagegen machen ich finde da kam es schon schwierig genug da müssen die dinger nicht auch noch ein was ist das ja 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 man aus okay er war gut da kam wir geschafft wird geschockt da ist noch ein limit granate war voll hat dahin geschrieben werden der nein es so knapp jetzt ich kann jemanden beschwören aber ich will auch niemanden beschwören also das es ist mein kampf hier niemand darf sich einmischen weil ich geblockt ausgezeichnet aber cooler kampf es ist vorbei vorbei sagst du verdammt nochmal gar nicht ist vorbei dann musst du es beenden und zwar indem du mich tötest abkratzen und ich aus der affäre ziehen was soll das ich dachte du wolltest mir helfen was denn keine weisen worte wenn es eng wird knäufzt du den schwanz ein und machst dich aus dem stau vergib mir sie kommen weil ich ein bisschen komisch an solchen szenen irgendwie wird sich ein bisschen zu chill an aber das geld es hätte uns retten können und stattdessen hat es uns alles gekostet in meinem kopf kann ich sie auch jetzt noch laut und deutlich hören man dann ruft nach mir liebster du darfst barrett nicht böse sein trifft keine schuld aber irgendjemand muss doch dafür bezahlen die schweine die mit dem teufel packt hier es war so nicht im original was ist du aus mir geworden ich habe so viele getötet so viele unschuldige menschen meine seele ist nicht mehr zu rennen es soll einfach nur enden aber ich bringe es nicht über mich warum denn nur eleanor und marlene sind doch nicht mehr hier welchen sinn hat dieses leben noch für mich marlene sie lebt ist jetzt vier und lebt in mit gar marlene du hast die gleichen augen wie deine mutter und die haare auch nach dem reaktorunfall war ich am boden mina war tot dich habe ich auch für tot gehalten die vorwürfe die ich mir machte hätten mich beinahe umgebracht das ich nicht aufgegeben habe liegt einzig an marlene habe sie aus eurem haus geholt weinend als es lichterloh brannte seitdem war es marlene die mir die kraft zum leben gegeben hat deswegen hast du sie mir also genommen obwohl du wusstest dass ich sie über alles geliebt habe du bastard verräter so war das nicht ausnahmslos alles was ich geliebt habe hast du mir aus den händen gerissen wieso hast du mir nicht gesagt dass marlene noch lebt wieso hast du mir nicht gesagt dass marlene noch lebt ich dieses blut klebt nun für immer an meinen händen nichts wird es jemals fort spüren können verräum Hey, Dein. Lebe du weiter und leide. Hey, hey. Da bist du ja, Elenor. Hast mir gefehlt. Hast mir gefehlt. was ist ein boss für uns jetzt gerade beschäftigt heißt okay cool also nicht cool dann ist gerade gestorben ich meine ist für bald gerade nicht so gut wahrscheinlich so jetzt muss ich erst mal cloud wieder hier dings geben so einige sachen haben sie geändert einige sachen fand ich besser einige mich so tun wir mal jetzt darüber reden wenn wir ja so zeit haben ich fand die also mit dienst mit deins charakter ich habe dann immer dein ausgesprochen deswegen will ich immer aus versehen ja den sagen es hat der richtige klopp gerne und meister lauter richtig also dein war nicht so ein psychopat im original obwohl es so ein bisschen so ein paar andeutungen gab dass er nicht mehr so richtig in der birne waren aber da war so gegen ende hat man hat erst nur so ein bisschen mitbekommen habe ich ihn jetzt ja mitgenommen aus spezialfähigkeit hat mir hat gefallen hat er hier so ein bisschen ein bisschen mehr so eine hat ab hatte so irgendwie so ein bisschen so den sein weil nicht so dem seine aktion so ein bisschen weil nicht so ein bisschen mehr gerechtfertigt hat nämlich man soll jetzt gehen wir ihn mal hier die vulkan kanone kanal genau war da halt so ein bisschen naja ich weiß es nicht definitiv nicht so wie sieht er übrigens auch besser aus dem original hatte irgendwie so in dem original der vollkommen anders aus er hat irgendwie so so blaue haare hatte so ein pferdeschwanz und so eine blaue weste glaube ich gab es auch komplett anders aus der sieht ein bisschen aus wie jack aus aus strangers of paradise hier auf einer fernse 1 und ja weil ich der wahl so ein bisschen mehr bitter und so ein bisschen wütender so im sinne von so so ein bisschen so wie pain aus naruto so war ich aber an irgendjemanden oder irgendwas muss ich meine wut auslassen so im sinne von aber eigentlich gar nicht so wie penis aber er war so ein bisschen mehr verbittert haben bisschen so dunkler und ja da gab es dann auch so ein einzelkampf zwischen dein und barrett welcher ziemlich einfach war glaube ich glaubt er war richtig viel zu einfach im originalen der hat der kampf hat mir weil nicht nur die probleme gemacht irgendwie letztens war so ein let's play gesehen von jemanden und die person hat den auch irgendwie nur in so eine minute oder so erledigt und jetzt ohne irgendwie solche weil er nicht so speedrunner strategien oder irgendwie so hatten wir einfach nur einmal so ein limit angriff auf den geballert 1 2 mal angegriffen und dann war er schon weg also war es ganz ganz anders wie hier hier war viel besser ich fand den zweikampf ja richtig cool da haben sie richtig gut gemacht ich weiß nicht weil diese komischen dinger ja diese fähigkeiten kommen dass er irgendwie weil nicht hier so metall irgendwie manipulieren konnte das ist irgendwie neu das war nicht im original der hat immer nur weil ich der wird einmal normal geschossen und einmal hat irgendwie so eine s bombe auf einen geworfen und damit abgeschossen da waren seine einzigen angreifen original soweit ich mich erinnern kann und ja immer welt von dir aussehen naja da liegt da noch sonst zittern sicher ja der tod war auch ein bisschen anders im original im original war hier irgendwo so eine klippe und weil nicht als irgendwie als sie ihren kampf gehabt haben und wer hat so gesagt soll mal reiß ich mal zusammen so was ist mit der los oder so und dann irgendwann erwähnt hat so übrigens marlene ist noch am leben da ich habe irgendwie nie so ich darüber nachgekommen aber da ist ja eigentlich der vater von marlene habe ich irgendwie nie so eins und eins irgendwie so zusammengezählt ich meine es ist offensichtlich dass irgendwie marlene nicht blutsverwand mit berth ist weil welt schwarz ist und marlene weiß aber für mich war schon immer berth irgendwie der vater von marlene deswegen habe ich noch nie so darüber nachgedacht warte mal eigentlich da in der vater der biologische vater aber ja als er irgendwie erwähnt hatte im original so haben wir mal denen ist noch am leben da kam er auch irgendwie so so zu den zu dem schluss so hammer ich habe ich habe so viele leute mittlerweile getötet nehmen also kann ich doch jetzt zurück geht zu dem mädchen und ja dann ist irgendwie so ganz langsam irgendwie an so einer klippe hingelaufen und hat berth darum gebeten gebitten 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 mein gott sich um marlene zu kümmern weil auch einer meiner lieblings sätze in dem in dem spiel weil laut ihm seine hände noch zu schmutzig sind um sie noch in den arm zu halten also meine geduld zurück zum marlene meine hände sind etwas schmutzig etwas zu schmutzig um sie noch in den arm zu halten also also wortwörtlich hatte leider glaube ich auf seinen gewehr arm geguckt als er hat gesagt hat und ja darauf zurückgeblickt hier wie er jeden getötet hat und sowie er unschuldige getötet hat und sogar meine arme meine hände sind viel zu schmutzig um jetzt hier noch sich um dieses kleine mädchen zu kümmern und ja dann zur klippe gegangen hat sich so ganz langsam zur klippe bewegt ist dann die klippe runter gesprungen und er hat dann auch gesagt so hör mal was verlangst du da eigentlich von mir meine hände sind auch nicht sehr viel sauberer als deine ich habe die ganze zeit gewartet hat irgendwie so anfangen zu sagen weil ich fand das waren irgendwie so richtig gute symbolische sätze sie waren so hat highlight irgendwie so in den ganzen dialogen konversation zwischen dem fand ich deswegen habe ich die ganze zeit darauf gewartet so aber dann kommt der satz hier mit den schmutzigen händen aber kam irgendwie nicht in den soldaten waren ja auch nicht hier sind keine schon drei soldaten aufgetaucht und so und ja ich glaube auf dem weg zu denen hat man noch irgendwie dazu dahin hat man noch hier so ein paar tote leichen gesehen so ein paar unschuldige leichen von irgendwelchen leuten soll ich gehe mich mal hinsetzen weil ich weiß nicht ob welt sich dadurch auch halten also ja auch genau war noch eine ganze ecke anders als hier sind auch die spreche punkt aufgezeichnet werde ich gerade diese frage zeichnen also ja da haben sie so ein bisschen hier und da ein paar sachen geändert kollekt stufe 6 freigeschaltet auch sehr gut und heißt mp maximum drei da ist nicht schlecht aber das war der thema geschaft wird also ich habe die ganze zeit gewartet dass sie irgendwie weil ich nehme den schmutzigen händen hat erwähnt haben aber haben sie geändert nein also ein paar sachen haben sie ja geändert ein paar sachen sind anders hier in dem hat sich bei jedem schon freigeschaltet nämlich an ich dachte ich bin jetzt bei jedem krank der so eine meldung ich kann da nicht hin anscheinend was soll ich denn machen aber ich fand irgendwie gut dass die ja den so ein bisschen psychopatischer dargestellt haben dass er ganz eindeutig einen einen weg hatte haben mir gefallen irgendwie weil ich hatte irgendwie mehr sowas fand ich aber ja aber einige sachen im original fand ich trotzdem noch besser ist ein bisschen halb und halb aber ja wie auch immer wir müssen hier weitermachen sie hatten eis mehr als als eis was ging dem harz 2 ist das eine gute idee palmer alleine zu schicken noch palmer ist aber ein eigener wunsch entsende friedenswächter an alle zurückziehen ich finde ich finde der lena richtig lustig in diesem spiel hier hat er gar nicht so viel screen time im original das ist doch die schweiz locker hatte jetzt mehr atb wirksam elektrizität robo frosch ein panzer aus der abteilung für waffenentwicklung der konstruiert wurde um aufstände in der zu schlagen zwei kampfletzungen aus der pilot ist nicht vollkommen und alles klar sehr gut okay dann über plasma einladung stellen wir vor der kampf wird ein bisschen chilliger als der mit mit dein ich will immer ich möchte irgendwann wollte ich machen und das hier wollte ich meine was passiert da gutes callback aus dem original was erst ein bisschen später sind machen wir ich bin bereit ich bin bereit war gegen palmer kämpfen hätte ich jetzt nicht gedacht gegen den kämpft man auch irgendwann noch aber noch nicht zu diesem zeitpunkt ich möchte euch aber blitzen normal blitzen war nicht so viel abgezogen so er war wieder aber jetzt hat er auch heilungen eingesetzt sagen wir mal heiliger magiekreis noch mal so ein bisschen mehr hin und her switchen okay erscheint mir nicht so kompetent zu sein jetzt im kampf sie hat alle zaubern und nicht blitzen öffnen der loka man kann ich auch palmer man kann ich einmal analysieren nein nein palmer perfekt aus was war was war jetzt will ich wissen ich zähl auf ich für raus man nicht kaputt auch nicht kaputt auch nicht kaputt an leute tiefer wo ich dich boing da kommt es ja auch allgemein nicht so schwierig hier gerade wenn ich da kann man auch kann man mal raus ich hoffe du kommst du mal raus palmer sagen wir nicht ich habe jetzt mal sowas hier nochmal ich habe keine lust jetzt hier einen ganzen kampf zu machen und dann kampf ist ja nicht so schwierig hier ist ja relativ schillig sogar wir sagen wir mal ein dings jahr auf schnell nicht übertreiben ich tun unser unser kampf fällt hier vorbereiten jetzt mal bitte wer rauskommt prima ich will ich auch eine ja komm so 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 kann ich dir nicht an wie sie haben von konzern an wie sie vorher kann ich noch analysieren den typen da hat man mal noch mal den ganzen tag zeit kollege von mir in dem der gegner datenbank fehlt oder so ne weil du mir noch am ende fehlt weil ich doch noch lieber ein bisschen vorhin konnte ich den an wie sie an da kann ich genau analysieren öffnen der luke da da haben wir dich man kann sich treffen da da so haben wir den letzten geschockt ok leid ich muss das einfach ok so jetzt kommen wir fertig machen gegen das zum kampf vorhin ist das ja noch relativ schuld ich mache das na gut das ich jetzt bin ich ja auch aufrecht gebraucht aber boah ich sehe ich ja auch von alles hat er sich selber geschockt ich möchte das mein ladung habe ich gerade gesehen blöden sturm ins gericht da haben wir jetzt nicht nein ich bin zu weit weg das wasser los geht los geht tiefer tut aber ganz schön die prozentzahlen hoch treiben ich habe ich noch mal in fesseln darauf in siehe genau es gibt sogar es gibt fähigkeiten die den magiekreis irgendwie noch verlängern sie hat irgendwie keinen grund zu kommen wie lange hat schon aktiviert ist bei dem atomisator sagt man schnapp ich mir ich den auch getroffen hat der nix an schaden genommen ich bin bereit aber klappt da konnte ich da konnte ich hier blocken von allen fähigkeiten es gericht jetzt nicht dann sagen wir uns vielleicht einmal kurz heilen weil es irgendwie nie atb hat er sinken und finis aber ich glaube ich bleibe hier oben naja hätte ich getroffen ja wenn ich da oben bleibe klar trägt ich nicht so auf macht nur ein bisschen tanz aber dass meine heilung abgebrochen war ja mein gott ich will sowas von tot man setzt sich noch mal ein limit eine zack bonk schaden ich glaube nicht ja weil die turks jetzt auch noch man ja auch noch aufs maul die zeit drängt wir müssen hier weg was haben wir da ein monster truck da war eine wanze mit eingebaut ich habe alles mit angehört du warst unschuldig verzeih mir meinen fehler seht den buggy als entschädigung er gehört euch ich werde dafür sorgen dass man ihn ordentlich bestattet danke dann ist ja nicht in schwierigkeiten als direktor habe ich für die sicherheit meine gäste zu sorgen mit kammerk probleme mit euch haben aber für mich gilt das nicht ihr seid hier stets wieder gern gesehen ich hoffe ich habe die arena nicht fertig er hat jetzt er hat jetzt zugedrückt als revanche ich weiß nicht ob ich den steuern kann du kannst euch mal was lenken kann ja irgendwie ist jetzt einfach mit dabei oder irgendwie erklärt haben wir uns überhaupt begleitet gerade das leben und leiden also im grunde sagt jetzt eine andere klar wenn wir den seine knarre mitnehmen du schaukelst das schon ist aber ganz schön was zu schultern wir helfen dir so freundlich kennt man dich ja gar nicht klaut los lebt wohl dein 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 das ist los ich kümmere mich um die zugabe der sublex jetzt vielleicht im bagi drin frei zur ersten runde alles klar wenn will ich hier bleiben und sind ja auch den fällig jawoll die ja jetzt sind wir mobil nein 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 meine güte dann sind wir sollen diese rohkla dauernd das mich okay naja kann man mit dem ball an die ort ja ein gefährd geschenk damit die verfolgung von schimmern kommen kann zeigen den harten den schien reinheiten dass du selbst während einer rasanten fahrt ruhig zielen kannst und schütte deine verfolger steuern hat ich soll schießen nachladen feuerstoß kommt mal her ich muss ein bisschen stress abbauen nach waren er 1 ja noch mal auf pink das schneller ich näherte da so an wie sie an ja auch mehrere gegner jetzt hier ich werde pink wird es höhere sensibilität und das genau mein ding kontrolpunkt wo ich gehe mal und jetzt auch mal der lena nimm das ja jetzt feuerstoß mache ich gerade sie sind neben uns explodiert man denn das war es für elena man wird sie nie wieder sehen über leute wenn ich weiß ich habe ich keine nachgeladen habe aber jetzt schon auch ein mini spiel von unendlich schimmer soldaten abkneiden ja welts traum und dann auch mit den granaten ja das ist viel zu viel multitasking hier wird man eben machen muss was im bagel stören ich muss nachladen keine güte da wer will noch ich irgendwie kann ich dich nicht jetzt kann ich es außerhalb der bildschirme wäre ich habe ich nicht damit getroffen ich glaube schon ein paar kleine feuchte erlegen was macht so einen spaß denkt sich aber ich habe gerade gedacht warum kann ich nicht mit dem linken analog stick im baggie steuern aber dann muss ich ja das ziel kreuz steuern schön blöd wir müssen gleichzeitig auswählen oder schiefmann ja vielleicht habe keine chance da ist er auch noch wow vorbeforsche nein also an den meni spielen mangelt sie auf jeden fall nicht sehr gut spielt vor allem ein dabei wird mein lieblings spiel 20 sein der spiel ist deutlich besser als der erste teil bisher etwas aber nicht geschossen ich habe das gemacht dass ihr geschissen was sagt manche nachlagen selbst immer wieder feiert wenn wir ewigkeiten dauern jetzt ausgewichtigen glaube ich ich hoffe die angefangen eben noch die kanonzie jetzt alles klar ausgezeichnet aber ja sprichst du da ja sprichst du direkt vor mir ja nein ja ich dachte dabei abgestürzt verleiht sie jetzt ja sie landen auf dem back ja arme juffi ja ich wollte gerade sagen wie es ist ja voll am sterben genau genau deswegen mache reno urlaub pole fahrt wäre stolz was auch irgendwie komisch war im original hat dein wird ihm sein amulett gegeben was man auch gesehen hat ja da hat so ein goldenes amulett gehabt was von seine frau glaube ich war hat er ihnen gar nicht gegeben in dem spiel ich soll es andecken also ja wieder so eine sache irgendwie weil nicht und diese geändert haben aus irgendeinem grund und da bild hat er ihn auch gelassen da hat er an amulett jetzt getragen so während das ein beispiel mal hey komm mal die katze da wir kennen wir doch die arbeit läuft gut gibt es diese typen gibt es diese leute wirklich weil sonst ging die nämlich probleme ich ersetze ihre bilder durch irgendwelche random npcs sie haben gerufen neuigkeiten von der zettra sie wird nach wie vor beobachtet. Befindet sie sich auf dem Weg zum verheißenen Land? Davon ist nicht auszugehen. Verstehe. Ist sie wichtiger als die Materie? Ich habe schon als Kind immer davon geträumt. Ich will dahin. Um jeden Preis. Gut. Die Überwachung wird verstärkt. Hm? Hat's dir noch keiner gesagt? Träume sind Schäume. Wer zur Hölle bist du? Ach, als würdest du mich nicht kennen. Spiel ruhig den Starken, aber ich kann sie sehen. Deine Angst vor mir. Und das ist noch nicht alles. Was sehe ich da? Warst Papi stets unterlegen? Hast ihn gehasst? Und gefürchtet? Oh, du bist so ein armer, einsamer Junge. Nicht wahr? Du magst recht haben. Doch daraus ziehe ich auch meine Kraft. Sag bloß, schön für dich. Doch unser Planet braucht jetzt mehr als das. Gib ihm schon einen Schubs. Er verlangt danach. Ja, alles klar. Organisation 13. Lisa Nummer. War das nicht. Wenn wir schon mal gesehen, angeblich. Angeblich ist er ja auch von irgendeinem anderen Spiel von Final Fantasy 7, was ich nicht gespielt habe. Das war ein Sektor 5. Wir springen von einem oder zum anderen. In der Partie schon voll lang. Ich finde dich schon, klar. Notiz vergrößern. So, als wüsste ich nicht viel Biggs auch sehen. Alles klar. In welchen Kapitel sind wir gerade in den neuen Kapitel? Nö, doch. Oder gehört alles hier. Jetzt sind so einen eigenen Dingen. Alles klar. Ja, aber weil es hier mit Aufsicht hat. Das kann ich überhaupt hier speichern oder so. Speichern und lernen. Da kann ich, okay. Ich möchte erst mal sagen, wir machen hier. Ich versuche mir sehr langsam, das Bild von Biggs einzuprägen. In der nächsten Folge kann man anfangen, den zu suchen. Dann nehme ich mal an. Gut, dann sage ich, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe euch hat es dir gefallen. Wenn ihr hinterlasst, doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.